Dieser Kanal hat gerade 15.000 Abonnenten bekommen. What? Was ist denn jetzt passiert? Also entweder seid ihr zu schnell oder ich bin zu langsam. Und wie auch schon beim letzten Abonnenten-Special, wo wir uns heute mal wieder mein komplettes Zimmer angucken und den Keller unten, weil in beiden Fällen hat sich unglaublich viel getan. Und ich kann es am Anfang schon mal verraten, es wird am Ende einen kleinen Catch geben, warum ich dieses Video genau gemacht habe. Mehr verrate ich allerdings noch nicht. Nach der Roomtour wird es allerdings nochmal richtig spannend. Da gibt es nämlich noch eine große Verlosung und die Sets, die heute mit dabei sind, sind der Wahnsinn. Ich will mich bei allen von euch bedanken, die das hier möglich machen, die immer wieder dabei sind, die Kommentare schreiben, die meine Videos gucken, die einfach Spaß daran haben, was ich hier mache und dann eben ja ihren Spaß mit mir teilen. Weil ohne euch wäre das natürlich nicht möglich. Ich freue mich jeden Tag wieder, dass ich das hier machen kann und auch meinen Spaß hier drin gefunden habe. Und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich werde heute nicht zu genau auf Kanalstatistiken eingehen oder so. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal gemacht, aber das ist viel interessanter für mich, als es für euch ist. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mit dem, was ihr gerne sehen möchtet, und zwar der Roomtour. Und dafür habe ich diesen kleinen Kerl vorbereitet. Und die Roomtour beginnt natürlich wieder an dem Ort, wo die letzte auch schon begonnen hat, beziehungsweise meine ganzen Videos auch. Und zwar auf meinem Reviewtisch, aka dem Homeoffice, dem Schreibtisch, dem Sortierort, dem Aufbauort für Lego-Sets und alles Mögliche, was hier eben noch so gemacht wird. Dieses ist ein Schreibtisch von Ikea, den ich einfach mitten in den Weg gestellt habe, sodass man hier überhaupt nicht mehr durchkommt. Und dafür steht er aber vor dem wunderschönen Hintergrund dahinten, nämlich vor dem Millennium Falcon. Heute ist er mal beleuchtet, manchmal ist er nicht beleuchtet. Wir haben noch ein paar Sets drumherum und ein paar Vitrinen. Gucken wir uns alles gleich an. Das Video heute, da werde ich natürlich wieder mein komplettes Zimmer zeigen. Das heißt, die Leute, die eben das letzte schon gesehen haben, das letzte Roomtour-Video, die werden heute, naja, zumindest einige Sachen wiedererkennen. Es hat sich aber auch einiges geändert. Deswegen, da werden wir heute drauf eingehen. Und ich bin schon sehr gespannt, wer eben alle Unterschiede hier sehen kann. Ich auf jeden Fall habe mir das ältere Video nicht angeguckt. Deswegen, ich bin schon mega gespannt, mir das mal wieder anzugucken und zu sehen, wie sich mein Zimmer verändert hat. Wir beginnen natürlich auf der linken Seite des Schreibtisches. Ich habe hier auf jeder Seite einmal so ein Licht angebracht. Das ist von Desiny, die D50. Die habe ich letztes Mal im Studio auch schon mal gezeigt. Also damals hatten wir ja das Büro noch. Und da habe ich die eben mal ausgepackt und in einem Haul-Video irgendwie gezeigt, wie die aussehen und wie die funktionieren. Und ich bin immer noch ein großer, großer Fan. Ich habe mir dann zwischendurch eben noch diese Halter besorgt, damit das irgendwie an diese Tische gelangen kann und die nicht immer unten auf dem Boden stehen müssen. Das ist schon sehr, sehr gut. Deswegen, da freue ich mich, dass ich die hier so platzsparend anbringen kann. Und das Licht von denen, das ist einfach wunderbar. Also man kann die natürlich hier noch ein bisschen regeln, also runterregeln, aber auch die Farbe verändern. Also ich weiß nicht, die Dinger sind einfach toll. Also ich freue mich, dass ich die gefunden habe tatsächlich. Hier hinten ist mein Mikrofon. Das nutze ich eigentlich hauptsächlich für Livestreams oder mal so ein paar Aufnahmen zwischendurch mit ein paar Kopfhörern drauf. Eins von mir, eins von meiner Freundin natürlich. Dann habe ich hier unten mein iPad und die Sachen, die ich eben für Reviews benutze. Das ist hier zum Beispiel auch der Minifigurendreher. Da kann man hier hinten drehen und dann dreht sich die Figur. Das ist ganz toll. Hier ist noch ein Handyaufsteller für mein Handy, dass ich da eben die Minifiguren drauf drehen kann. Also das alles ist dann eben damit. Habe ich alles aus Lego gebaut, weil was soll ich denn da für Geld ausgeben, wenn ich da auch selber was bauen kann. Hier unten plant gerade eine Stitchbande ihr nächstes Werk. Das ist natürlich auch ganz gut. Und hier oben ist die Freundin, nämlich Angel, und die wartet drauf, dass Stitch endlich nach Hause kommt. Aber der wartet natürlich hier unten mit seinen Kumpels darauf, irgendwas auszuhecken. Ich weiß nicht, was die da so gerade besprechen. Hier hinten, den habe ich gerade frisch angeschafft. Und da danke ich ganz herzlich dem Marcel von Spacebricks. Da habt ihr nämlich loswerden wollen, habt ihr auf Kleinanzeigen gestellt und ich sofort, hey, warte, stopp, ich nehme den und habe den noch am gleichen oder am nächsten Tag abgeholt. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen drin. Das ist hauptsächlich Technik oder anderer Kram. Also hier sind ja verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel ist es für den Versand und dann habe ich ein bisschen Geld drin. Alles, was da irgendwie Krimskrams ist. Hier ist zum Beispiel was für Lego beleuchten oder basteln oder auch versenden, Pakete versenden. Hier sind die Autogrammkarten noch mit drin und ja, mit der Apple-Sammlung und was weiß ich nicht, alles. Also das ist wirklich eine gute Anschaffung. Das ist ein Ikea Alex, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der Alex heißt. Davon habe ich nämlich noch ein paar. Da kommen wir gleich noch zu. Hier ist der Aufsteller für die Livestreams. Also da sind die ganzen Polybags drin, die ihr eben während der Livestreams immer gewinnen könnt. Seid also fleißig dabei. Dahinter sind die Sachen, die wir heute verlosen. Also da kommen wir natürlich dann gleich auch noch zu. Und hier vorne haben wir auch noch was Spannendes. Das lege ich mal in die Mitte hier. Das werdet ihr nämlich auch gleich noch sehen. Die ein oder anderen, die haben es schon erkannt. Auf der rechten Seite des Schreibtisches haben wir hier nicht mehr viel Spannendes. Hier sind noch ein paar Materialien wie Susi und Hans und ein Tacker und was weiß ich. Also ein paar Malereien und ein bisschen was zum Cutten und zum Kleben und mein Falzknochen natürlich auch zum Öffnen der Boxen. Und dann kommen wir hier drüben auch schon zur Rückseite. Und das habe ich ja noch nicht so ausführlich gezeigt. Hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Vor allem das da stand, glaube ich, hier drüben letztes Mal. Und vorletztes Mal stand das noch hier mitten im Raum. Und zwar haben wir hier das Hogwarts Castle im Hintergrund auf einem wunderschönen Glastisch. Und ihr glaubt es kaum, der war vom Sperrmüll. Ein wunderbares Teil. Ich freue mich, dass ich den bekommen habe. Und das Hogwarts Castle sieht einfach so unglaublich cool aus. Und das, was da drin steckt, ist ein Staubsauger. Das ist ein Handstaubsauger von Clean My Bricks. Und das ist eins der coolsten Sachen, die ich jemals gesponsert bekommen habe. Ich habe euch den nochmal unten verlinkt. Also da geht ihr gerne hin. Das Ding ist nicht teuer, aber man kann eben mit diesem Aufsatz hier vorne super viel anfangen. Und ich nutze den seitdem zum einen zum Lego eben abstauben, weil das so viel schneller geht. Aber zum anderen eben auch einfach so, um irgendwelche Oberflächen zu reinigen. Das soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe den zwar gesponsert bekommen, aber das ist schon ein Jahr her. Genau, also ich finde den einfach cool. Und der passt auch einfach perfekt in dieses Hogwarts Castle. Ich kann es kaum glauben. Das da hinten hat mir die Ginny zugegeben oder zugeschickt in einem Fanpost-Unboxing. Und das habe ich jetzt endlich mal aufgebaut. Deswegen steht das hier im Hintergrund. Ich freue mich da sehr drüber. Hier drüben, wie gesagt, das kann ich jetzt nicht zu genau zeigen. Da sind die Sets, die wir gleich verlosen. Also da müsste ich noch ein paar Minütchen warten. Hier ist eine Lampe, die habe ich auch mal von Kleinanzeigen. Diese Vitrinen, die hier im Hintergrund stehen, sind tatsächlich vom Sperrmüll. Und deswegen, da kann ich jetzt nicht sagen, woher die genau kommen. Es gibt aber ähnliche bei Ikea. Oder gab es bis vor kurzem. Die haben sie, glaube ich, nicht mehr. Hier oben drin haben wir das Monster Fighters Monster House oder Haunted House oder so. Das habe ich ja letztens hier auch schon vorgestellt. Dann haben wir hier das Stranger Things Set und dann drunter das Parisian Restaurant und darunter den Nyago Erjutsu Temple oder Temple of Erjutsu, den ich mir damals einfach nur wegen diesem tollen Tempel gekauft habe. Und heute sind die Figuren voll teuer und auch der Tempel voll teuer. Ich wollte das Ding einfach haben. Ich fand den einfach klasse. Obendrauf sind eure Sachen. Also hier sind ganz, ganz viele Fanpäckchen, Fanpakete und alles Mögliche. Und Wall-Ey bewacht die so ein bisschen. Und hier vorne ist natürlich auch noch der andere Roboter. Aber ganz viele von euren Sachen sind hier eben ausgestellt. Und ich freue mich darüber, dass ich die hier eben haben kann. Danach kommt hier natürlich mein Minifiguren-Rahmen mit ganz vielen, ich glaube 96 von den First Orders Town Troopern. Die Dinger sind wahnsinnig cool. Und ich freue mich, dass ich so eine riesige Armee davon haben kann. Obendrauf sind ein paar Visitenkarten mit Unterschriften von verschiedenen Leuten. Ganz links kann ich noch lesen. Das ist Markus Rollbühler. Aber alles, was danach kommt, keine Ahnung. Ich glaube, das ist Justin Ramsten hier hinten noch. Aber der Rest, ich weiß es wirklich nicht mehr. Hans Burkhardt Schlömer, den kenne ich auch noch. Und Spider Sam, also Sam, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr. Das tut mir jetzt leid. Aber er ist ein super lieber Typ. Also ja, einige davon. Ich habe sie alle persönlich getroffen. Deswegen sind die alle unterschrieben. Und ich freue mich, dass ich das eben ja wirklich hier stehen habe und so ein bisschen zeigen kann. Ey, die habe ich schon mal gesehen. Das cool. Von denen habe ich mir mal die Hand geschüttelt. Das ist schon was. Hier oben ist das Guardians Ship. Das ist natürlich auch beleuchtet. Das habe ich hier voll vergessen anzumachen. Es sieht natürlich beleuchtet noch viel cooler aus. Drumherum sind noch ein paar Sachen von euch. Zum Beispiel ein paar selbst gebastelte, limitierte Sets. Und ich finde es wahnsinnig klasse. Darunter hier hinten übrigens sind all eure Briefe. Und zwar wirklich alle davon, weil ich die einfach so ein bisschen separiert aufbewahren wollte, weil ich die so cool finde. Deswegen vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen von euch, der irgendwie einen Brief dazu gepackt hat. Ich behalte die alle und ich lese sie mir auch gern nochmal durch. Im Hintergrund haben wir dann auch einmal den 332. Trooper von Ahsoka aus einem Mosaik gebaut. Und dann nochmal ein Unterschriften-Ding hier von Spider Sam. Und da drunter kommt dann eben meine zweite Vitrine mit dem Naboo Starfighter. Einmal dem hier, das ist die 2002er Variante, dann einem ja selbst gebauten, ich glaube von Brick Vault war die Anleitung. Dann haben wir einen Stitch, das ist auch ganz toll. Hier ist noch eine verkromte Variante von, ich glaube, dem Planeten. Also genau, so ein Planet Series Ding. Und hier hinten steht nochmal eins, was ich demnächst auch nochmal irgendwie dann beleuchten, äh Quatsch beleuchten, verkromt haben möchte. Da werde ich dann mich demnächst mal dran setzen. Hier ist der Fishing Store, eins der coolsten Modelle aus den letzten Jahren und da drunter ist natürlich der Orthang und rechts daneben die USA-Rakete hier. Ich weiß gar nicht, wie Apollo-Rakete genau. Also wirklich, das Ding ist Wahnsinn, vor allem den Orthang meine ich jetzt gerade die Rakete natürlich auch, aber der Orthang ist einfach cool. Ich mag ihn zu sehen, wie er aufgeklappt dasteht. Das ist einfach ein Träumchen. In der Mitte haben wir dann einen Schreibtisch, das ist ein Ikea Malm oder Moom oder wie auch immer. Den habe ich mal für 15 Euro auf Kleinanzeigen bekommen, weil der so cool aussah. Und der steht da seit einer Weile hier im Hintergrund und ich finde das eigentlich ganz cool. Also der sieht eigentlich ganz toll aus. Ist so schön dunkel und passt zu den Modellen, wenn man da irgendwas draufstellt. Das wirkt dann einfach sofort edel. Hier haben wir noch das Endor Speeder Bike Chase Set. Das Diorama, das habe ich ja auch noch nicht vorgestellt. Muss ich demnächst nochmal machen. Hier ist ein kleines Mock, das habe ich ja auch schon mal vorgestellt und links daneben die Trockenblumen. Die sind ja aus der Blumen Collection irgendwie. Unten in dem Schrank sind hauptsächlich irgendwelche Nachfüllsachen, also jetzt sei es Duschgel oder Zahnpasta oder so und dann ein bisschen Technik darunter und vielleicht noch was zum Drucken, also von Versandetiketten und so weiter. Also das ist auch so ein bisschen so ein Durcheinander-Storage-Area wie der andere Schrank eben auch schon. Auf der linken Seite habe ich ja eben schon gesagt die Lampe. Darunter haben wir hier noch ein Kopfhörer-Paar. Das nutze ich überhaupt nicht. Das sieht aber einfach so cool im Hintergrund aus, dass ich das da einfach lasse. Und da ist mein absoluter Stammplatz für mein Stativ. Deswegen steht das da und will nicht irgendwo anders hin. Das bleibt genau da, weil ich da nicht dagegen laufe. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Mein Stuhl, der hat absolut immer seinen Platz hier, wenn ich die Videos aufnehme, weil er da eben nicht mehr im Bild ist. Jetzt werde ich den aber einmal zur Seite räumen. Dann steht er eigentlich normalerweise natürlich hier am Schreibtisch und da soll er auch eigentlich immer sein. Wie gesagt, immer wenn ich Videos aufnehme, dann muss man den Hintergrund ja sehen. Und dann wäre es doof, wenn der Stuhl davor steht. Hier rechts haben wir ein Bild von Donald Duck. Das ist auch ganz cool. Das habe ich seit meiner Kindheit und bin immer noch ein großer Fan davon. Diese Schallwände hier, die haben mein Leben erleichtert. Ich hatte nämlich einen wirklich schallenden Raum und ihr hört es ja heute schon, wenn hier ein bisschen mehr Stuff liegt, dann ist das nicht mehr ganz so heilend. Aber gerade diese Dinger hier, gerade diese Tür, die hat so geheilt zwischendurch. Und deswegen habe ich da immer ja drauf reagiert und so ein bisschen Schallschutz da rangepackt. Und das ist tatsächlich effektiv. Wenn ich mich mal da vorstelle, ihr hört mich so ganz gedämpft und wenn ich hier rechts bin, dann ist das ganz schön ja reflektierend. Also das hat schon ein bisschen was gebracht. Hier oben den QR-Code, den könnt ihr gerne mal scannen und dann gehen wir auch schon weiter auf die rechte Seite. Und hier hat sich jetzt sehr, sehr viel verändert. Wir beginnen hier vorne mal mit dem Spiegel. Ich werde mal einmal hier die Kamera winken. Also moin an der Stelle. Gehe ich aber auch schon wieder weg, das wollte ja keiner sehen. Wir haben hier drei Kakteen, die ich hier schön voraufgestellt habe, weil es so toll aussah mit dem Spiegel. Darunter haben wir meinen Mock von Mustafar, was natürlich auch beleuchtet ist und ich habe das noch ein bisschen umgebaut, sodass diese Batteriebox hier drin verschwindet. Dann können wir das Ganze einmal anmachen und schon leuchtet es. Ich finde es toll. Es sieht so wunderbar aus. Die Nebulon B-Fregatte ist natürlich auch da. Hier links will ich auch noch einen Tipp für euch loswerden, weil das einfach cool aussieht und man das selber zu Hause auch machen kann. Hier habe ich einfach eine Lego-Platte an diese Holzplatte geklebt und dann kann man jetzt immer seine Schlüssel, wenn man da einen Schlüssel hat und kann dieses Teil da anbringen. Das ist eine Plate Modify 2x3, glaube ich, ist das. Und die kann man hier tatsächlich dann einfach so anstecken und man kann das natürlich auch noch länger machen oder kürzer machen, wenn man nur einen Schlüssel hat. Das heißt einfach, man hat die auf jeden Fall an einem Ort und kann morgens einfach losgehen, den hier grabben und den am Nachmittag wieder hinhängen. Weiß auf jeden Fall, wo seine Schlüssel sind. Das ist schon mal sehr, sehr gut und ja, muss morgens nicht irgendwie 10 Minuten suchen nach den Dingern. Das ist schon mal sehr perfekt. Deswegen, ich freue mich da sehr drüber, die sind direkt an der Tür. Deswegen, also falls das irgendjemand nachmachen möchte, klaut mir die Idee gerne. Ich bin auch sicher, ich bin nicht der Erste, der da drauf gekommen ist. Rechts daneben ist einer meiner Goldschätze, nämlich der AT-AT. Ich habe ihn jetzt schon oft gezeigt, außer in einem Review. Das ist das Einzige, was ich nie gemacht habe, aber er ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe ihn ja auch noch mit mehr Troopern ausgestattet. Ach, kann man hier gar nicht sehen. Kann man ja auch von der anderen Seite aber sehen. Also das heißt, hier sind ganz, ganz viele von den Snowtrooper Battle Packs drin und ich habe den eben komplett aufgefüllt. Und deswegen, ja, es ist einfach ein tolles Teil. Ich feiere den extrem. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, damit habe ich nicht gerechnet, als der revealed wurde. Hier links ist noch eine Rose, die mir meine Freundin zum Valentinstag geschenkt hat. Und darunter sind meine ganzen Ersatzteile seit 2015. Das heißt, das sind jetzt drei komplett gefüllte Becher. Und dann einer, den ich jetzt eben am 11.03.2023 angefangen habe, der ist jetzt der nächste, der eben gefüllt werden wird. Darüber hat dann meine Freundin schon hier ein wenig den Platz eingenommen mit einem Trockenshampoo. Das muss da stehen. Das steht da immer und deswegen bleibt das da auch. Hier haben wir noch einmal den Kanan Jarrus. Der kommt da oben noch mit zu beziehungsweise den kombiniere ich da noch mit. Komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Die Holzfigur. Dieser ATLT kommt von einem von euch. Genauso wie hier dieses 3D gedruckte Teil. Und darüber natürlich meine Schätze. Etwas, was ich auf dem Kanal hier schon öfter gezeigt habe, nämlich die Minifiguren, die in den Lego Star Wars Magazinen drin waren. Und da drüber sind ein paar selbst erstellte Packungen, aber hier eben alle Minifiguren, die jemals in den Lego Star Wars Magazinen drin waren. Und ich finde es der Wahnsinn, was da alles eben mit dabei war. Die unteren hier, die waren nicht da drin. Also alles, was hier von hier, da von dem Kanan Jarrus bis hier unten geht, also bis zu dem goldenen C3PO, die waren nicht in den Magazinen enthalten. Nicht, dass die Kommentare gleich voll damit sind, wo man denn den C3PO jetzt herbekommt. Und der Kanan Jarrus hier, da hatte eben noch die falschen Beine, deswegen muss ich die noch austauschen, da bin ich noch nicht zugekommen. Hier rechts sind die ganzen Prüfungsmaterialien von meiner Freundin, die hatte gerade Abschlussprüfung ihrer Ausbildung, deswegen, sie hat es geschafft übrigens, schreibt ihr gerne mal herzlichen Glückwunsch in die Kommentare. Und davor haben wir dann ein paar von Lautsprechern, genau, es sind auch zwei Lautsprecher, falls einer mal alle ist. Und der Grund, warum die hier stehen, ist einfach der, dass oben an der Decke eine Leinwand ist und dann noch, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, ein Beamer. Das heißt, man kann tatsächlich vom Bett aus, wo wir gleich noch hinkommen, perfekt einen Beamer beobachten und muss hier keinen Fernseher hinstellen oder so, der ganz viel Platz wegnimmt und der Beamer ist sowieso viel cooler, also muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, hier ist dann eben so eine Lautsprecherbox oder zwei Lautsprecherboxen, falls die eine mal alle ist. Und rechts daneben ist mein neues Sortiersystem. Im letzten Video, ich glaube, das ist auch die größte Änderung, hatte ich dann noch diese Sortierboxen, die hier oben noch draufstehen. Da hatte ich eine große Wand vorne und die war super dunkel, hat super viel Platz weggenommen und deswegen habe ich die ausgetauscht mit diesen beiden Schränken. Das sind Ikea Alex Schränke und die sind normalerweise ganz schön teuer. Ich habe die dann auf Kleinanzeigen ein bisschen gebraucht bekommen und da waren sie günstiger. Und unten drunter haben wir dann noch so ein bisschen was anderes. Ich hatte ja vorher, glaube ich, nur einen Schreibtisch und jetzt sind da drunter eben ein paar Kleiderschränke, weil meine Freundin eben so halt bei mir eingezogen ist in der Zwischenzeit und das hieß eben auch, wir brauchen mehr Platz für Kleidung und der rechte davon gehört mir, die anderen beiden gehören meiner Freundin. So ist das eben, also so ist die Aufteilung. Ich glaube auch ziemlich, ja, perfekt für uns beide. Oben drauf steht ein selbstgebautes von ihr, einmal ein Modell von Funhole, das möchte ich dir demnächst auch noch vorstellen und natürlich der große UCS X-Wing. Der neue habe ich schon aufgebaut, muss ich unbedingt vorstellen. Die Sachen hier oben, die möchte ich auch gerne noch in einen weiteren von den Alex Schränken einsortieren, aber da habe ich jetzt noch keinen guten gefunden, der günstig genug war. Oben drauf haben wir noch ein paar Modelle, hier ist ja so ein paar Bilderrahmen noch, die Brixis etc. Da ist noch so ein kleines Einhorn da unten. Und jetzt gucken wir uns aber natürlich einmal die Schränke an, weil die eben was ganz Besonderes sind und ich mich sehr darüber freue, dass ich das eben gemacht habe. Ich habe die auch beschriftet hier mit Lego-Teilen. Da habe ich einfach so ein paar Platten genommen, das sind die normalen weißen Lego-Platten, habe die zugeschnitten und an den Seiten abgefeilt, damit die eben so ein bisschen schicker aussehen. Und das gleiche habe ich ja auch noch in klein gemacht, damit hier so eine kleine Übersicht entsteht, was für Steine denn eigentlich wo enthalten sind. Und wenn man das Ganze jetzt mal aufmacht, habe ich da drin tatsächlich einfach kleine Eisdinger genommen. Diese Eisdinger, ich weiß nicht, Eiscups, ich weiß gar nicht, Eisbecher irgendwie, die man in den Eisdielen immer bekommt. Die kann man bei Amazon allerdings einfach so kaufen. Da habe ich dafür 80 Euro Eisbecher gekauft aus Pappe und kann jetzt immer, wenn ich irgendwas bauen möchte, einfach den Eisbecher rausnehmen, den mitnehmen und dann am Ende hier wieder reinstellen. Und das ist einfach so ein perfektes System. Ich freue mich darüber. Ja, hier haben wir alles sortiert nach Bricks, Plates und dann mache ich uns auch so ein bisschen durcheinander. Aber da hoffe ich ja wie gesagt, dass ich da nochmal einen weiteren Schrank bekomme. Und dann haben wir hier unten noch ein paar extra Teile, die irgendwie bis jetzt noch keinen richtigen Ort oder Platz gefunden haben. Und auf der rechten Seite sieht es dann eben gleich aus. Wir haben Tiles ganz oben. Dann geht es glaube ich mit Tiles weiter mit verschiedenen Ausrichtungen von Tiles. Dann haben wir hier drunter ein paar Mauersteine. Die habe ich noch nicht ganz beschriftet, aber zumindest sind die vorne dran zu sehen. Da drunter sind Pflanzen, genau, ja Pflanzen hinten hinter übrigens. Man kann die ja nur so weit ausfahren. Da ist aber noch ganz viel Platz. Hinten, da habe ich immer so ein paar Ersatzsachen. Also alles, was nicht in die Becher gepasst hat, sage ich mal, das liegt dahinter. Oder manchmal noch ein paar mehr Teile. Und deswegen, da habe ich noch den Platz zumindest genutzt. Hier sind noch ein paar Slopes. Das muss ich ja auch noch eigentlich mal anschreiben. Dann haben wir hier unten noch ein paar Reste, also auch Minifiguren, die ich gerade auf Ebay Kleinanzeigen habe oder auch nochmal Pflanzen oder was weiß ich. Und vor allem noch ein bisschen Technikzeugs, was dann demnächst wahrscheinlich auch noch woanders verschwindet, also wenn ich eben einen weiteren von den Schränken habe. und danach kommen wir auf die rechte Seite. Ich habe nämlich vor kurzem, jetzt vor drei Monaten, zwei, drei Monaten irgendwie eine Pflanze gekauft. Die hängt hier oben noch. Und ihr könnt dreimal raten, wie oft ich die gegossen habe. Also die hängt aber immer noch ganz steif. Das ist ganz gut. Das ist ganz schön. Also sie lebt noch. Das ist wunderbar. Draußen ist gerade ein toller Sonnenuntergang. Ich finde es wahnsinnig. Ich finde es toll. Da drüben ist eine Amazon. Ich sage ihren Namen nicht, sonst reagieren eure wahrscheinlich auch. Das hier sollte man alle zwei Wochen irgendwie der Pflanze geben. Das habe ich gleich mitbestellt. Also die da oben hängt und dann muss man irgendwie alle zwei Wochen so ein Ding da reinpacken. Wie gesagt, vor zwei, drei Monaten habe ich die bekommen. Das Päckchen ist noch original verpackt. Hier drüben ist ein Lego-Katalog mit einem Taschenrechner. Ich glaube, es ist wichtig, dass der immer mit dabei ist. Dann der obligatorische Stuhl mit einem Mülleimer da drunter. Und hier drüben ist dann auch schon mein Bett. Und das Bett, das ist wie gesagt ausgerichtet, dass man hier wunderbar auf den Beamer da hinten gucken kann. Und ja, es ist einfach ein King-Size-Bett. Ich hatte es ja mal anders irgendwie stehen in den vorherigen Room-Tour-Videos oder so. Dann kam allerdings das Studio hier dazu und dann hat das nicht mehr gepasst. Also ja, das musste dann irgendwie so stehen. Links daneben haben wir dann auch noch ein Klavier, damit wenn man dann auf dem Bett sitzt hier, dass man perfekt an das Klavier rankommt. Und da drunter ist ein bisschen in Unordnung. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Der Bonsai steht da drauf und das war eigentlich auch schon die Komplettübersicht über mein Zimmer. Das hier ist mein komplettes Zimmer, wo ich jetzt die letzten Monate slash anderthalb Jahre drin gelebt habe und ich freue mich sehr, dass ich das so schön habe einrichten können. Danke auch meiner Freundin dafür, dass sie mir eben geholfen hat, auch so die Schränke mit auszusuchen, weil das einfach so richtig, richtig schick aussieht und ich mich freue, wie toll wir das eben hinbekommen haben. Vor allem die Alex-Schränke, das sieht einfach so viel besser aus als diese ganzen Sortierkästen. Da hinten nimmt natürlich ein bisschen mehr Platz weg, aber ich finde es, ich weiß nicht, also es ist einfach so ein bisschen ästhetischer. Deswegen, also schreibt mir natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder vielleicht habt ihr das ja auch schon zu Hause oder ja, wie auch immer ihr das bei euch benutzt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Ich muss aber dazu sagen, dass das hier nicht der einzige Ort ist, wo ich Lego aufbewahre. Auch wenn da hinten natürlich ganz, ganz viele Einzelsteine sind und ein paar Sets hier auch ausstehen, einige davon richtig, richtig toll, ist das natürlich nicht alles, was ich habe, sondern das ist natürlich noch woanders gelagert, weil das könnte ich hier gar nicht unterbringen. Dafür gibt es noch einen weiteren Raum und zwar im Keller meiner Großeltern und ich würde sagen, bevor ich hier weiterhin die Spannung auflade, gehen wir doch einfach mal in den Keller. Und auch wenn ich euch jetzt gerne sagen würde, dass die Roomtour hier im Keller ein bisschen schneller vonstatten geht, als in meinem Zimmer, muss ich euch leider enttäuschen, weil dieser Raum hier wurde seit dem letzten Roomtour-Video natürlich und auch in den letzten Monaten eben noch um einiges perfektioniert und deswegen wird das hier doch nochmal ein bisschen dauern, vor allem, weil ich euch eben gerne so viel zeigen möchte, was hier drin stattfindet, was ich hier gelagert habe, etc. Und ich würde sagen, wir öffnen die Tür einfach mal und ich kann es kaum glauben, ja, die Unordnung ist immer noch perfekt, aber es ist einfach ein so schöner Raum geworden, oh mein Gott. Also für mich zumindest, ich bin ein großer Lagerfanatiker und deswegen ist das hier einfach so ein kleines Träumchen für mich. Auf der linken Seite, wie im letzten Roomtour-Video, haben wir die gebrauchten Sets und die rechte Seite ist dann eben komplett nur für die ungeöffneten Sets. Wir gucken uns alle beiden Seiten natürlich gleich noch an. Wir werfen einmal kurz den Blick nach unten. Wie gesagt, das ist immer noch ein Haufen an Unordnung hier und das zieht sich immer noch durch. Wie gesagt, ich bin hier immer noch am Machen, am Sortieren, am Durchgehen, was weiß ich. Eigentlich sind hier immer noch Lampen oben, aber die sind gerade alle, die laufen mit Batterie. Hier auf der rechten Seite, ich fange einfach hier einmal kurz an, haben wir dann ein paar Unordnungskartons. Die sind teilweise leer, teilweise sind da auch noch Sets oder Figuren zum Sortieren drin. Damit geht es dann hier unten weiter. Ich bin wie gesagt überall noch am Sortieren. Hier drüben geht es dann oder fängt es an mit ein paar Sachen, die ich gerade verkaufe und ich kaufe ja viel als Investment tatsächlich und das hier gehörte eben auch dazu. Leider fälschlicherweise, wie ich dann angenommen habe. Daneben ist dann hier noch ein ganz, ganz bisschen an Tüten und Krimskrams. Also wie gesagt, das alles muss noch irgendwie einen Platz finden. Da bin ich noch dabei. Hier unten ist ein Karton komplett mit Figuren von Star Wars voll. Dann haben wir hier noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube ganz viele, was haben wir da? Ach hier, Bilderrahmen, genau. Und dann beginnen wir auch schon mit den Lego Kartons. Da gehen wir auch gleich noch durch. Da hinten ist es jetzt ein bisschen duster, weil auch hier leider natürlich eine Lampe fehlt. Die hätte ich vielleicht gerne nochmal angebracht vorher, aber da kommen wir irgendwann anders nochmal zu. Hier sind Hidden Side Sets. Mein schlechtest Investment zusammen mit Lego Video. Und auf der linken Seite erkennt ihr schon, zum einen haben wir natürlich hier das Drop Ship, aber das ist eben komplett mit Lego Investment voll. Das heißt, diese Sets sind tatsächlich alle ungeöffnet und für mich irgendwann mal gedacht, entweder tatsächlich zum Aufbauen, das denke ich bei den 501 hier drüben und bei denen hier, dass ich die irgendwann mal aufbaue. Das wird wahrscheinlich irgendeine Armee oder so, aber der Rest, der ist dann eben zum Verkauf bestimmt oder sowas. Also irgendwas Schönes wird da werden. Also die habe ich dann eben zu guten Preisen bekommen und werde sie dann irgendwann wieder verscherbeln. Hier in der Mitte haben wir dann ein paar von diesen Schränken und da habe ich jetzt mittlerweile nur noch aufgebaute Sets drin stehen. Da waren mal nur Ordner und nur irgendwelche, ich weiß nicht, da war ganz viel Unordnung drin. Jetzt mittlerweile habe ich da ein paar Sets untergebracht. Die linke Seite ist noch nicht ganz so spannend. Die rechte Seite, da habe ich schon ein bisschen mehr getan. Also da haben wir so ein paar Armeen. Und hier unten noch mal die schönsten Schiffe, die ich so habe. Also es ist einfach ein Träumchen. Ich finde diesen Schrank einfach toll. Ich mag vor allem auch diese Clone Trooper Armeen. Die haben einfach Stil und da möchte ich gerne noch ein paar mehr haben. Das ist ja ein bisschen addicting, muss ich sagen. Auf der rechten Seite haben wir noch einen braunen Schrank. Da sind keine aufgebauten Modelle drin. Der ist tatsächlich auch voll mit Investment und ich glaube, den kriege ich jetzt gar nicht auf. Also ich muss da demnächst auch nochmal ran, aber ich glaube, naja, also ein bisschen sieht man, also der ist auch noch eben voll gestopft mit Lego Star Wars Sets und mit Lego Sets im generellen Sinne. Also vielleicht mache ich mal eine Tour nur mit meinen Investment Sets, wenn das irgendjemand sehen will. Keine Ahnung. Wie gesagt, unten ist unordnung. Da hinten sind noch aufgebaute Sets. Da oben sind die Sets von meiner Freundin. Die hat tatsächlich auch einen Haufen an Lego Sets. Die habe ich hier in diesem Schrank mal untergebracht und selbst der quillt langsam über. Und dann komme ich hier auch schon zu den geöffneten Sets und ich kann jetzt hier auch nur so bedingt viel zeigen, weil es einfach sehr, sehr dunkel ist. Aber ihr könnt so ungefähr sehen, wie ich das sortiert habe. Also hier unten beginnen wir eben, ich glaube, mit Adventskalendern. Das ist so die unterste Regie. Da habe ich dann alle Star Wars Kalender nach Jahren sortiert und alles andere ist da irgendwie drauf gestapelt. Danach kommen die 20, 30 Euro Sets, die ja immer weiter im Preis steigen. Ja, mit Speed Champions zum Beispiel. So ein paar Star Wars Sets da unten mit den Brickheads da oben drauf. Dann kommen die Battle Packs und die Planeten hier links. Also alles, wie gesagt, geöffnet. Darüber sind die Micro Fighters Größen. Also alles, was irgendwie in so einer Micro Fighters Box ist. Zum Beispiel auch Herr der Ringe oder Hobbit. Und darüber sind eben noch die Battle Pack Größen, die aber eben nicht in die Battle Pack Regie reingepasst haben. Also alles, was eben nicht Star Wars war oder einfach nicht mehr gepasst hat. Wie gesagt, hier ist vorne auch nur noch für einen Battle Pack Platz. Das wird dann das Nächste sein. Das ist eben da. Hier oben drauf, dahinter haben wir, glaube ich, auch noch ein paar größere Sets. Das sind, glaube ich, alles der TIE Fighter. Davon habe ich ja mal eine große Menge gekauft. Da habe ich jetzt die alle nicht mehr aufgebaut. Die sind, glaube ich, ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen TIE Fighter noch. Hier rechts wird es dann schon etwas schöner. Da haben wir nämlich die größeren Sets. Ganz oben eben diese ganz großen, wie zum Beispiel den ATTE, das Gunship und so weiter und so fort. Teilweise sind die auch in den Boxen drin, wenn ich da eben keinen Platz für hatte, dass die irgendwie so schön da stehen. Darunter kommen diese 40 Euro Sets beziehungsweise 50 Euro. Darunter haben wir diese 70 Euro Boxgrößen mit der Executor. Zum Beispiel ein so schönes Schiff. Darunter, ich weiß gar nicht, da muss ich nochmal irgendwann durchsortieren. Vielleicht gibt es dafür nochmal einen extra Schrank, dass da eben so ein paar Mittelgrößen reinpassen. Darunter haben wir die ganz großen Boxen und unten in der Mitte beziehungsweise auf dem Boden stehen dann eben noch ganz viele Sachen, die ich auch noch sortieren muss, wo ich noch nicht den richtigen Platz für gefunden habe. Aber so ein paar aufgebaute Sachen, vor allem Mox sind hier hinter noch. Das könnt ihr erkennen. Ich zeige mal hier kurz die Mitte des Sith Troopers. Der ist hier, ich habe so drei Sith Trooper, die waren mal Ausstellungsstück bei H&M oder C&A oder so. Die habe ich jetzt gekriegt, die fand ich cool und dann hatte ich die auch eine lange Zeit im Büro stehen. Hier hinten, wie gesagt, noch ein paar Mox und ein paar, ich weiß nicht, Anleitungen sind da auch noch mit drin. CMF-Figuren, alles, was irgendwie keinen Platz findet. Und auf der linken Seite, wie gesagt, auch noch so ein paar Boxgrößen da oben eben so 40 Euro. Dann, was auch immer, das ist 50, 60, 70 Euro. Dann diese 30 Euro Boxgröße mit dem 501. Battlepack damals, das erste. Dann haben wir hier noch diese Boxgröße und da drunter, ich weiß gar nicht, da sind glaube ich auch noch ein paar größere. Ja, hier hinten ist die Apollo Saturn V oder so und dann hier so ein Mosaik ist da auch noch, glaube ich, drauf. Und da drunter sind auch noch meine Ordner so steuermäßig. Also alles Mögliche ist hier gestort. Das hier ist allerdings noch nicht alles. Ich habe es ja eben schon angekündigt, denn das ist nur die Hälfte des Raumes. Und wahrscheinlich sogar für viele auch die uninteressanteste Hälfte vom Raum, denn auf der rechten Seite ist alles ungeöffnet. Und ich habe hier auch schon eben so ein bisschen reingeschnitten. Wir beginnen hier vorne mit allen ungeöffneten Sachen, mit Minifiguren. Da vorne in Muppets haben wir hier Serie 23, Serie 22, Serie 24, alles Mögliche aufgereiht. Dots, Video, Polybags. Hier vorne haben wir ganz, 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 ganz viele von den Lego-Figuren Polybags oder beziehungsweise überhaupt welche von diesen Lego-Polybags. Ich zeige jetzt hier nur Figuren, aber es sind auf jeden Fall auch ganz viele Raumschiffe dabei. Genau, dann haben wir hier vorne noch ganz viele Hefte und da unten sind, glaube ich, alles voll mit Mystery-Packs und auch weiteren Heften und so weiter. Dahinter sind ganz viele Sets und ich muss dazu sagen, ein paar davon sind unterschrieben und ich bereue es bis heute. Eigentlich sind die ziemlich cool, ich freue mich da auch drüber, aber ich kann sie halt nicht öffnen. Ich kenne mich und das ist ein bisschen doof. Also da unten sind ein paar tolle Sets. Ich glaube, mein Favorite hier ist tatsächlich sowohl Rivendell, das ist irgendwo da unten versteckt, und aber auch der hier, weil da eben ja der leuchtende Darth Vader drin ist und der leuchtet immer noch. Und ich will halt auch dazu sagen, diese Wand ist nicht komplett neu, weil ich habe die in meinen Shorts die ganze Zeit schon so ein bisschen gezeigt, also geteased quasi, bin ich immer so ein bisschen rumgefahren, habe so ein paar Sets gezeigt und dann eben noch so ein bisschen dazu erzählt. Also wenn ihr meinen Shorts noch nicht gesehen habt, dann habt ihr einiges verpasst, da müsst ihr definitiv nochmal reingucken. Ich habe diese, ich weiß gar nicht, so Blumenbox-Größe oder so, also alles, was so irgendwie 70 Euro rumkostet oder eben Adventskalender-Größe ist. Da drüber sind Battle-Pack-Größen beziehungsweise eben alles, was ja in der Battle-Pack-Größe dann verpackt wurde und so ein paar ältere Sets habe ich hier hinten auch noch. Das ist ziemlich cool. Und oben drauf, da sind natürlich auch noch ein paar größere Sets und ganz oben natürlich auch noch der Berg. Also ja, ich kann nicht anders. Wie gesagt, das hier oben wird meistens dafür genutzt, um so ein paar wirklich große Boxen zu lagern oder eben irgendwas, was zu groß ist, wie zum Beispiel hier so ein Doppelpack, da hinten noch der Tie-Advanced vom Inquisitor dran. Beides irgendwie zusammenverkauft von Saturn oder von Kaufland oder so. Ich weiß das gar nicht. Also irgendwer hatte das auf jeden Fall verkauft oder Galeria Kaufhof oder so. Und da hatte ich dieses Doppelpack eben und kann das natürlich auch nicht öffnen. Ihr kennt mich. Und auf der nächsten Seite ist es wieder so ein Doppelregal, also dass man da schön in der Mitte durchlaufen kann. Haben wir wieder keine Lampe. Also die ist da oben noch dran, aber die leuchtet aktuell nicht. Hier in der Mitte seht ihr die einzige, ja, Survivor quasi, die noch so ein bisschen leuchtet. Aber die bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Hier in der Mitte sind, glaube ich, meine absoluten Lieblings-Sets und auch da ist wieder was in der Mitte, damit ich da auf keinen Fall irgendwie reingehen kann. Diese ganzen Boxen sind übrigens alle gefüllt mit diesen Lone Trooper Command Station, die 40558. Also zumindest die Hälfte davon und die andere Hälfte ist mit dem Hoth-Pack, also diesem gleichen Minifiguren-Pack nur von Hoth gefüllt. Also beides so ein bisschen so ein Mischmasch da draus. Also diese vier Boxen, keine Ahnung, wo ich Platz dafür habe, aber die müssen auch noch irgendwo hin. Auf der linken Seite, ganz oben, beginnen wir jetzt einfach mal. Da sind große, große Sets und das ist auch ein Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Das hier zum Beispiel habe ich von Marcel, also Space Bricks bekommen. Der hat das aus Amerika importiert. Dann haben wir hier noch die Tantiv 4, genau. Millennium Falcon, der alte. Dann haben wir hier noch den Sandcrawler, genau. Viermal den AT-TE und zweimal den AT-AT noch von 2020. Da drunter kommen die Microfighter-Box-Größen und so ein bisschen was zwischendurch, was irgendwie so die Brick-Heads-Größe beziehungsweise ein bisschen größer als das sogar noch ist, so ein Doppelpack der Brick-Heads. Da drunter sind die Battle-Packs noch einmal und so ein bisschen haben wir die 30-Euro-Sets. Wieder noch ein paar mehr von den 501. Wer hätte es erwartet? Und ganz unten haben wir noch ein paar größere Sets, also gerade mal hier so die Schmiede zum Beispiel oder auch die 20 Jahre Slave I, die da noch steht oder Yoda oder was haben wir hier noch? Ich weiß gar nicht. Ach hier, genau. Das Death Star Duel, das Final Duel ist hier auch noch. Genau, also ganz, ganz, ganz viel ein bisschen davon. Also gerade das Ding hier ist gerade auf Kleinanzeigen. Das versuche ich noch loszuwerden, wenn das noch irgendwer gebrauchen kann, geöffnet und gebraucht quasi. Hier auf der rechten Seite geht es dann weiter. Da wären wir ein paar Helme. Die Hälfte davon steht upside down, weil die schon geöffnet sind, aber die Tüten sind noch neu. Sie müssen noch mal irgendwann aufgebaut werden. Da bin ich nur bis jetzt noch nicht zugekommen. Links daneben haben wir eine Ansammlung von X-Wings und es geht weiter mit noch ein paar älteren Sets. Ich werde die jetzt nicht alle benennen. Obendrauf auch noch ein paar sehr, sehr schöne und hier hinten ist quasi mein Backlog bei allen Sachen, wo ich irgendwie noch mal überlegen muss, was ich damit mache. Also ich bin mir noch nicht komplett sicher. Manche sind einfach zu unglaublichen Preisen dazugekommen, wie zum Beispiel das Ding hier und dann kann ich die einfach auch nicht, also hätte ich die nicht stehen lassen können und dann müssen die hier mitkommen. Dann weiß ich aber nicht, was ich damit mache. In der Mitte, wie gesagt, ich habe hier noch ein paar Polybags. Also hier sind wahrscheinlich auch noch ein paar coole Polybags drin. Hier CC14 zum Beispiel. Also der ist ganz nett. Rechts daneben, also unter dem, was wir uns eben angeguckt haben, sind quasi die 40 Euro Boxgrößen. 40, 45, irgendwie so in der Richtung. Darunter wird es noch ein bisschen größer. Da haben wir hier so 50, 60 Euro irgendwie und dann hier ist natürlich mein absolutes Lieblingsteil hier aus dieser Box, also aus diesem Regal, glaube ich, müsste das sein. Darunter wird es noch ein bisschen älter. Hinten habe ich ganz, ganz viele von den 30 Jahre, also diese Episode, nee, 2007er Sets. Von Episode 1 müssten die meisten davon sein, glaube ich. Und darunter kommen dann wirklich die größten Sets, die ich habe. Es beginnt ganz hinten, glaube ich, mit dem Cloud City von 2015 oder so müsste das sein oder 16, glaube ich. Da drin, der davor ist die Mos Eisley Cantina, das Republic Gunship, das UCS. Da haben wir die Endor, also das Endor, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Das Ewok Village, genau das ist das. Und ganz vorne natürlich die UCS Razorcrest und dann ist noch ein paar, so ein bisschen Krimskrams hier oben noch drauf. Also hier haben wir zum Beispiel den Todesstern und davor ist dann noch das Final Duel von 2015. Ganz vorne habe ich natürlich absichtlich so ein paar coole Sets hingestellt. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Mace Wind, der Starfighter oder hier oben die Phantom. Also keine Angst, das habe ich absichtlich gemacht, weil die sollen natürlich irgendwie auch cool aussehen. Ich muss auch sagen, man sieht nicht alles. Das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Hier hinter ist natürlich noch ein riesiger, riesiger Backlog und all das kann ich hier gar nicht zeigen, weil es einfach viel zu viel wird. Ändert sich auch immer ganz, ganz schnell. Also vieles davon verkaufe ich manchmal auch. Manchmal kommt dann eben was Neues dazu und dann packe ich das dahinter oder ich ändere auch hier in den Regalen ganz häufig was. Also manchmal verschwindet hier was. Guckt auf jeden Fall in meinem Kleinanzeigen-Account vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verkaufe wie gesagt ganz, ganz häufig auch mal was und dann kommt mal wieder was Neues dazu, dann verschwindet mal wieder was und dann könnt ihr so vielleicht ein paar sehr, sehr coole Angebote abgreifen. Mit dem fantastischen Anblick würde ich aber auch sagen, geht's zurück zu mir ins Zimmer und ab zur Verlosung. Das hier ist mein Zimmer, aber nicht mehr lange. Ich hab's ja am Anfang schon angekündigt, es gibt einen Catch. Es gibt einen Grund dafür, dass ich dieses Video unbedingt jetzt machen wollte und dass ich die Roomtour auch so ausführlich gemacht habe, denn das hier ist das letzte Video aus diesem Zimmer. Meine lieben Brixis, es ist tatsächlich soweit. Wir haben eine Wohnung gefunden. Ich kann es selbst noch nicht komplett glauben, aber meine Freundin und ich haben tatsächlich eine Wohnung bekommen, hier in der Nähe relativ und werden uns jetzt quasi von diesem Zimmer, in dem wir jetzt eine Weile zusammengelebt haben, dann eben auf eine größere Wohnung dann vergrößern. Und das Schönste daran, es wird tatsächlich einen eigenen Kreativraum geben, das heißt eben so das Studio von mir gepaart mit ihren Kreativsachen, sowas wie Malen oder Zeichnen, das wird dann da seinen Platz finden. Das heißt, wir haben eben einen eigenen Bereich, eben genau für sowas und müssen nicht immer die andere Person rausschmeißen, wenn wir gerade was aufnehmen oder zeichnen wollen. Das heißt für euch, es wird wahrscheinlich eine kleine Übergangszeit geben, wo weniger Videos kommen, ich beeile mich aber ganz doll mit dem Einrichten. Übrigens ist der Umzug während ihr dieses Video guckt schon in vollem Gange, das heißt, während ihr das hier gerade seht, auf dem Screen da, bin ich nicht mehr hier. Der Millennium Falken im Hintergrund ist nicht mehr da, die Vitrinen stehen da auch nicht mehr und auch der Schrank ist dort gar nicht mehr zu finden. Das heißt, mein ganzes Zimmer ist eben komplett leer und alles ist in der nächsten Wohnung. Also sind wir ganz froh, dass ich noch in der Vergangenheit feststecke. Damit kommen wir aber auch zum für euch wichtigsten Part dieses Videos und zwar zum Giveaway. Und ich habe heute einige Sets mit dabei, wie gesagt, das hat sich so ein bisschen angesammelt. Also ein Teil davon ist tatsächlich von mir, ein Teil auch von euch und ein großer Teil tatsächlich sogar gesponsert vom BrickTracker. Er hat mir das damals entweder zugeschickt zum 10.000 oder zum 8.000 oder 7.000 Abonnenten Special. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Das ist schon eine ganz schön lange Weile her. Fakt ist aber, er hat einen großen Haufen an Lego Sets gesponsert für dieses Giveaway und ich danke ihm ganz herzlich dafür. Der BrickTracker, wer ihn noch nicht kennt, das ist quasi eine Website, wo ihr Lego Sets suchen und dann die Preise davon vergleichen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein neues Set kaufen möchtet, könnt ihr da die Setnummer oder den Namen eintragen und könnt da sehen, wo ihr das aktuell am günstigsten bekommt. Und er hat mir tatsächlich auch erzählt, dass er die Sets, die er uns heute gesponsert hat, genau über sein eigenes Tool gefunden und dann eben mit den günstigsten verfügbaren Preisen gekauft hat. Also das heißt, sowohl für Lego-Sammler, für Mockbauer und für Lego-Investoren ist das die perfekte Website, um so viel Geld wie möglich zu sparen. Insgesamt wird es heute 10 Gewinner bei diesem Giveaway geben. Das ist der absolute Wahnsinn und 5 dieser Preise, also genau die Hälfte, sind gesponsert vom BrickTracker. Vielen, vielen Dank. Und ich werde euch gleich natürlich erklären, was genau ihr tun müsst, um an diesem Gewinnspiel eigentlich teilzunehmen. Als erstes gucken wir uns allerdings die Preise an. Platz Nummer 10 wurde mir tatsächlich von einem von euch damals zugeschickt in einem Fanpost-Unboxing mit der Bitte, dass ich die doch mal verlosen soll. Und genau das ist heute der Fall. Und zwar haben wir hier einige Foilbags von den Lego-Star-Wars-Magazinen, die ihr hiermit hier heute gewinnen könnt. Das heißt, das hier ist Platz Nummer 10. Insgesamt 6 coole Foilbags, noch alle original verpackt. Platz Nummer 9 und Nummer 8 überschneiden sich so ein bisschen. Und zwar habe ich ja damals die Muppets-Serie vorgestellt und dann gesagt, dass jede Doppelte, die ich auspacke, an euch geht, quasi im nächsten Abonnenten-Special. Das war eigentlich das 10.000 Abonnenten-Special, jetzt ist es das 15.000. Das heißt, diejenigen, die jetzt den 9. oder 8. Platz belegen, die werden sowohl ein Foilbag bekommen, das unterscheidet sich, dass hier ist jetzt eben der Resistance-Bomber und dann bekommt ihr noch insgesamt drei von den Muppets-Minifiguren dazu. Das ist der Platz Nummer 9 und der Platz Nummer 8, der bekommt auch ein Foilbag, nämlich die Wundermare Slave 1 und vier von den Muppets-Minifiguren. Dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 7 und jetzt wird's richtig spannend. Platz Nummer 7 wurde uns gesponsert vom Brick Tracker wie auch die nächsten vier Sets und ist der Lego Creator Löwe, ein absolut geniales kleines Bauwerk. Ich bin ehrlich, den würde ich auch gerne aufbauen. Platz Nummer 6 ist für die absoluten Technik-Freaks unter euch und zwar der Monster Truck. Das coolste daran, der hat tatsächlich einen Pullback-Motor, das heißt, ihr könnt das Ding zurückziehen und dann flitzt er euch einfach davon. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde den irgendwann verlieren. Platz Nummer 5 finde ich persönlich absolut genial, weil ich die Filme super gerne mag und eben auch ein großer Fan von Jurassic World bin. Und zwar haben wir hier das Dino-Set mit dem Dino, den ich nicht aussprechen kann. Atro... Ator... Atros... Atros... Atrosini... Ich nenne es einfach die Dino-Verfolgungsjagd. Und auch wenn hier schon mega spannende Sets mit dabei sind, es wird noch besser. Platz Nummer 4 ist ein bisschen verpixelt und es liegt aber am Themengebiet und nicht an meiner Kamera. Und zwar haben wir hier das Lego Minecraft-Set Nummer 211-66, die verlassene Mine. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sieht ein bisschen so aus wie ein Set, was ich damals hatte von Lego Minecraft. Das war auch eine kleine Mine, die gab es da, die war allerdings noch nicht verlassen. Also heute ist sie dann verlassen, ist ein bisschen her. Die hatte auch die gleichen Charaktere dabei, allerdings nicht diesen kleinen Slime-Block. Den finde ich super süß. Platz Nummer 3 ist eins der absolut coolsten Lego Star-Ausets aus den letzten Jahren und es ist auch tatsächlich das letzte hier auf unserer Liste, was der Brick Tracker gesponsert hat und ich bin sehr froh darüber. Das ist nämlich das Dark Trooper Battle Pack. Und ganz ehrlich, die Figuren in dem Set sind der Wahnsinn. Dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2 und das Set habe ich ehrlicherweise nur mal reingenommen, weil ich nicht möchte, dass sich irgendjemand von euch das wirklich zum Vollpreis kauft. Das ist nämlich das neue, frisch im Juni erschienene Tenue Jedi Temple Training. Und so schön die Figuren auch sind und ich denke auch, die werden exklusiv in diesem Set bleiben, das ist einfach keine 45 Euro wert und deswegen bekommt das irgendjemand von euch jetzt gratis. Wobei das fast auch schon zu teuer dafür ist. Und damit, meine lieben Brixi, sind wir auch schon beim finalen Platz angekommen, beim Platz Nummer 1. Und ich muss ehrlich sagen, es hätte kein anderes Set hier besser gepasst als das, was ich ausgewählt habe. Und ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich schon, welches es sein wird. Und der erste Platz, der wird sich sehr, sehr freuen. Der Platz Nummer 1 bekommt nämlich nichts anderes als den 75337 ATTE. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zum ATTE bekommt der Gewinner auch noch einen Crabdroid. Ich habe hier immer in einem Video einen Crabdroid gezeigt, wie ihr denselbe bauen könnt. Und da habe ich auch noch einen übrig und den bekommt der Gewinner. Also nicht den komischen, der hier mit dabei ist, sondern wirklich einen echten davon. Und auch wenn ich euch das in der Videobeschreibung noch einmal ganz genau aufgeschrieben habe, wie ihr denn an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, will ich euch das jetzt auch noch mal ganz kurz erklären. Das ist nämlich relativ einfach. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben. Kein Hashtag, kein sonstiges, kein bestimmter Inhalt, einfach ein Kommentar. Also wenn ihr irgendwie Hallo oder Hi oder Lego oder irgendwas auf Chineso schreibt, dann zählt das auch. Hauptsache ist, dass ihr euren Kommentar bis zu diesem Datum in einer Woche schreibt, bis 23.59 Uhr, denn nur dann könnt ihr noch teilnehmen. Hier noch ein kleiner Hinweis, bevor jetzt irgendjemand in die Kommentare rennt und 20 Kommentare schreibt, jeder kann nur ein einziges Mal teilnehmen. Das heißt, von jedem wird nur ein einziger Kommentar gezählt. Und damit viel Glück an euch alle. Oh Mann, oh Mann, wir haben echt 15.000 Abonnenten zusammen, oder? Das ist wahnsinnig. Ich freue mich da riesig drüber. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ich freue mich auf alles, was eben noch in der Zukunft hier passieren mag auf dem Kanal. Ich freue mich auf jeden Meilenstein, den wir erreichen. Aber 15.000, ich bin ganz ehrlich, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also, schreibt unbedingt einen Kommentar, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und damit würde ich sagen, war es das hier mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.